Hallo und willkommen bei Hardware Rat. In diesem Video das Update des 1.400 Euro Gaming Computers, Dezember 2014. Als Prozessor der Intel Core i7, 4790K mit 4x4,0 GHz. Er hatte einen Totakt von 4,4 GHz, 88 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit. Er hatte einen KM-Namen, das heißt er hatte einen freien Multiplikator, also freies Übertakten und Hyperthreading, das bedeutet jeder Kern hat zwei Threads, also ein theoretischer Achtkerner. Er ist zur Zeit einer der besten Prozessoren zum Zocken und sollte für Gamer die nächsten 3-5 Jahre Dicke ausreichen. Wenn er zu schwach wird, kann man ihn ja übertakten. Und dann als CPU-Kühler der Be Quiet Dark Rock Pro 3. Es ist ein sehr großer und starker Kühler und mit ihm ist leises Betreiben oder Übertakten möglich. Als Mainboard das ASRock Z97 Extreme 3 mit dem Intel Z97 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR3 RAM-Bänke, PCI Express 3.0, einen 7.1 Soundchip und am I.O. Panel zweimal USB 2, einmal PS2, VGA, DVI und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, viermal USB 3, eine LAN-Buchse und fünf 3,5mm Klinken sowie ein TOS-Kling für den Soundchip. Und als Arbeitsweicher 16 GB Crucial Ballistic Sport, DDR3-1600 und CL19 recht schnell. Es ist ein Dual-Kit, was bedeutet man kann in einem Dual-Channel-Modus betreiben und 16 GB sind für die nächsten paar Jahre erstmal genug. Und als SSD die 256 GB Crucial MX100. Es ist eine schnelle SSD und 256 GB reichen aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein paar Spiele. Als Festplatte die 1 TB Z-Gate Desktop HDD. Es ist eine schnelle Festplatte und 1 TB sollten für die meisten unter euch dicke ausreichen. Und als Grafikkarte die 4 GB Galaxy Chiefers GTX 980 SOC. Die GTX 980 ist zurzeit die stärkste Single-GPU-Grafikkarte auf dem Markt. Diese Version hier wurde zusätzlich nochmal übertaktet. Trotzdem sollte sie dank dem großen Kühler und dem niedrigen Stromverbrauch recht leise sein. Mit ihr sollte man dann alle derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Außerdem gibt es von Nvidia noch ein Spiel gratis dazu. Als Netzteil das 500 Watt Be Quiet Straight Power 10. Es hat 80 plus Gold, was sehr energiesparend ist. Es hat Kabelmanagement, was heißt man kann die Kabel abnehmen, die man nicht mehr braucht. Und 500 Watt sind für den PC mehr als genug. Dann auch ein DVD-Brenner von Asus. Und als Gehäuse das Rectal Core 3300. Es ist ein elegantes Käuse mit sehr viel Platz innen drin. Aber natürlich dürft ihr selber entscheiden, welches Käuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als pro Monat ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.